Norddeutscher Rundfunk 2021 Was steckt eigentlich hinter der Kunst? Von Michael Basha geht es in der Reihe. Unsere ganze Umwelt muss Kunst werden. Was ist Ihre Meinung, ganz spontan zu einem Kunstwerk? Was ist da Besonderes, dass er mit Glas geschützt werden muss? Wir meinen immer, wir müssen die Fragen sofort totschlagen mit Antworten. Ohne Bilder wissen wir nichts. Ohne Bilder wissen wir nichts. Vielen Dank.